so hi leute herzlich willkommen zu einem call of duty ww2 let's play ich habe die letzten tage nicht gestreamt weil ich ziemlich krank bin oder war es klingt jetzt ab und ja bin jetzt gerade wieder am zocken ja ich habe jetzt ein game gemacht mit den fabrice und ja im hintergrund hört ihr dass ich mit ihm da gerade gerade ein bisschen quatsche ja lasst uns mal das game hier genießen es war ziemlich cool das war heute mein drittes game oder so ist wirklich gut gelaufen und da steigt die laune auch wieder um das ganze zu zocken genau der fabrice möchte alles ausschalten was in den weg kommt mal schauen und abgeknallt ja es ist wirklich eine freude sie haben auch einiges wieder gepatcht und wieder hergerichtet zum beispiel die lobby also die spielersuche war echt verpackt man hat wirklich teilweise fast zehn minuten gewartet bis man in irgendein game reingekommen ist aber ja sie patchen und arbeiten wirklich daran das war jetzt schlecht von mir das war jetzt schlecht naja aber ich habe doch andere andere gute positionen in dem spiel auch gehabt aber wir werden sie jetzt sehen ja komm schon abschuss abschuss ich kann so ich kann euch so viel sagen der ja das resultat war ziemlich zufriedenstellend hat mir irrsinnig gut gefallen und den habe ich jetzt nicht mit der sniper erwischt aber mit der mp in your face yeah oh und der hat mich erwischt den hatte ich auf der mini der fluchter der ali tohonto naja aber es wird immer besser ja die leute kämpfen nicht mehr allzu viel am anfang war das wirklich zum kotzen mit dieser verdammten camperei aber ja sieh der er steht da im eck aber das hat ihm nicht viel geholfen ich komme auch schon wirklich da der nächste der im eck steht ja genau alle wie sie im eck sitzen immer da hast du vollkommen recht so knall ihn ab knall ihn ab jawohl da war noch einer da war das ist halt wirklich angenehm wenn einmal gute gameplays daherkommen das zum beispiel da hört man mich im hintergrund oh mann oh mann oh mann elendiger scheiß und da kommen welche aber ich treffe hier keinen da hitmarker das war auch nicht unbedingt das goldene vom das gelbe vom ei natürlich das goldene vom ei genau die fallschirmjäger geben auch irrsinnig gas echt geiles teil ja nachlaufen das ist der schlimmste fehler den man in call of duty machen kann aber in dem fall was habe ich glück gehabt also nachlaufen überhaupt keine gute idee mal schauen da war eine nachlaufen nachlaufen ja jetzt bin ich kurz mal verwirrt keine ahnung wo die gegner sind da da ist wer da ist wer afk bam mal campen ja muss sein mama das das war jetzt kein campen das ist taktisches warten ja das geschieht mir recht das geschieht mir recht und in dem fall dir dohonto da fallen die schimpfwörter nur so runter das ist der wahnsinn in dem game ja da kann man sich ein bisschen auspowern was die schimpfwörter angeht mal die ganzen ja mal seine sein frust ablassen das ist schon vom vorteil oh nice die abschussserien übrigens haben es echt verdammt geil gemacht es gibt ja ich denke 12 oder 13 abschussserien ziemlich gut ja es ist nicht allzu viel und auch nicht zu wenig bei black ops 3 hast ja weiß gott wie viele abschussserien gehabt oh das war jetzt schlecht das war jetzt schlecht aber ich war mir jetzt nicht sicher beim spiel ob der wirklich von da kommt oder ob er mich überhaupt gemerkt bemerkt hat auch schlecht auch schlecht auf was ich mich konzentriere so laufen 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 ich vergiss oft wirklich da muss ich mich echt das war jetzt eine komische situation schaut einmal wo ist der hin ich habe keine ahnung den habe ich nicht mehr gesehen den hund weg ist er keine ahnung dort war einer den habe ich im spiel übersehen aber ist ja egal den hat er mir jetzt weggenommen den nimmt er mir auch weg ok ja aber ich habe die schön im visier gehabt das ist eine schöne situation er hat ein scheiß aim ich habe ein scheiß aim aber im endeffekt habe ich gesiegt gute sache sehr positiv ja fabrice ich weiß das ist auch eine so eine sache jetzt jetzt komme ich ein bisschen durcheinander ich werde abgeknallt ja jetzt habe ich nicht gewusst auf wen ich mich konzentrieren soll aber naja ist halt so knall ihn ab jawoll sehr gut ali ja sniper ausgepackt ohne sinn und zweck und erledigt haben wir 27 zu 8 27 zu 8 ist okay ist eine gute bilanz kann man auf jeden fall lassen würde ich mal sagen ja der fabrice ist auch verwundert 27 kills na gut leute dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag